Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur nächsten Folge von 5 Transfers für und heute blicken wir auf den 1. FC Nürnberg. Die Nürnberger haben ja eine schwierige Saison hinter sich. Es gab die frühe Trennung von Robert Klaus, das ja schon, kann man sagen, Missverständnis Markus Weinziel, die knappe Rettung vor dem Abstieg unter Dieter Hecking und all das, nachdem man ja vor einem Jahr das Gefühl hatte, ja, der Aufstieg, der könnte auf jeden Fall drin sein. Nun, ein Jahr später, ist vieles anders. Christian Fiel, der wird neuer Cheftrainer, zuvor U23-Coach und auch Co-Trainer unter Hecking, der das Vertrauen bekommt und möglicherweise auch auf ein System mit Dreierkette umstellen wird. Erste Transfers, die stehen fest, weitere müssen aber unbedingt her und um dabei Dieter Hecking und Olaf Rebbe zu unterstützen, gibt es nun mein Scout-Bericht über 5 Transfers für Nürnberg. Während dem Tor Christian Martenia nach seiner Verletzung wieder die Nummer 1 werden soll, Klaus die Nummer 2 bleibt und man mit Jan Reichert und Nikolas Ortegel zwei junge Keeper hat, braucht es in der Innenverteidigung einen neuen Mann. Mein Vorschlag lautet Amit Gürligen. Mit Ivan Marquez wurde ja bereits ein neuer Mann an Bord geholt, was auf dem Papier auf jeden Fall schon mal gut aussieht. Daneben würde ich aber nochmal nachlegen. Janis Horn würde man ja gerne behalten, der auch sicherlich als linker Innenverteidiger einer Dreierkette durchaus interessant wäre. Schindler fehlt aber noch länger. Fofana, Lawrence und Bräunig sehe ich eher als Backups und Hübners Vertrag läuft aus. Und deswegen bringt Amit Gürligen das perfekte Gesamtpaket mit, jetzt für Nürnberg eine wirklich sehr gute Alternative zu sein. Der 24-Jährige ist mit Wien Wiesbaden in die 2. Liga aufgestiegen, war Stammspieler in der Abwehr und wird seinen Vertrag nicht verlängern. Somit ist Gürligen ablösefrei zu haben und kann sowohl in einer Dreier- als auch Viererkette helfen. Mit seiner Körpergröße von 1,93 Meter ist er physisch richtig stark, mit seiner Sprungkraft auch extrem kopfballstark und ist defensiv einfach ein Biest. Und somit würde man die Abwehr mit ihm auf jeden Fall perfekt abrunden, denn dadurch, dass bei den Außenverteidigern alle wieder fit sind, plus man auch noch spannende Talente hat, ist man dort auch gut aufgestellt und somit können wir die Abwehr schon mal abhaken. Deswegen blicken wir weiter ins zentrale Mittelfeld, wo es mindestens zwei Neuzüge gebraucht. Und einer ist wenig überraschend, im besten Falle Florian Flick. Und klar, hätte ich auch hier nochmal andere Namen ins Spiel bringen können, über die man hier auch diskutieren könnte. Aber Florian Flick ist eben die wahrscheinliche Personalie. Wenn ihr das Video seht, könnte vielleicht doch schon die ein oder andere Sache fix geworden sein. Im Laufe des Videos, die ihr jetzt hier von mir hört, das kann ich leider nicht beeinflussen, weil ich das Video ein paar Tage vor der Veröffentlichung aufnehmen muss. Florian Flick steht auf jeden Fall auf der Liste. Aber wir gehen mal ganz kurz zum zentralen Mittelfeld. Lino Tempelmann, Fabian Nürnberger und Gustavo Puerta gehen ja von Bord. Wobei vor allem Puerta kein großer Verlust ist. In der Kommunikation von Leverkusen kann man sich dann schon fragen, was Leverkusen sich eigentlich bei diesem Laideal gedacht hat. Denn Puerta war ja kaum an Bord in Nürnberg und sollte eigentlich jetzt erst wirklich angreifen. Aber gut, er ist wieder weg. Johannes Geis ist sicherlich ein guter Typ und kann man auch als Backup behalten. Thailand Duman muss noch seine Position finden und sich vor allem auch steigern. Zwar haben manche auch den Gedanken, Spieler wie Jens Kastrop oder Tim Handwerker ins zentrale Mittelfeld zu ziehen. Aber ich denke, wir haben alle gesehen, wie wichtig auch ein richtiger Sechser ist. Und deswegen wäre es auch am besten, den zu halten, der gezeigt hat, dass er es kann. Florian Flick. In der Rückrunde hat er ja alle Spiele bestritten, bevor ihm dann der Mittelfußbruch den letzten Spieltag gekostet hat. Nach seinen eigenen Angaben wird er aber in der Vorbereitung schon wieder angreifen können. Grundsätzlich plant man mit ihm aber auf Schalke. Da dort aber schon zwei Neuzugänge für die Doppel-Sechs geholt worden sind, ist ein endgültiger Abschied von Flick auf jeden Fall möglich, wenn das Angebot stimmt. Rein finanziell hatte FCN natürlich begrenzte Möglichkeiten. Darauf habe ich hier aber auch geachtet, wodurch man für die Personalie Flick auch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann. Der 23er hat gezeigt, dass er helfen kann, macht einen wirklich soliden Job auf der Sechs und bringt auch noch Potenzial mit. Ich persönlich mag ihn sehr als Spielertypen und ja, würde es Nürnberg auch auf jeden Fall gönnen, wenn sie ihn halten können. Und wenn sich Nürnberg und Schalke hier auf jeden Fall einigen, dann ist Flick ein super Neuzugang. Da das zentrale Mittelfeld aber mehr als nur einen Neuzugang benötigt, habe ich mich nach einem ablösefreien Spieler umgeschaut und den in der Schweiz gefunden, Christian Herck von den Grashoppers Zürich. Der 24er hat eine starke Saison gespielt und da sein Vertrag endet, kann er die optimale Ergänzung zu Flick sein. Auch hier ist dann erstmal egal, ob man mit Dreier- oder Viererkette spielt. Man braucht ohnehin einen neuen Mann. Herck bringt dafür ein super Profil mit. Denn er ist ein typischer Achter, der auch gerne den Weg nach vorne sucht, schnell ist, technisch stark ist, sehr laufstark. Und er ist auch einer, der immer wieder den Abschluss sucht. Fünf Tore und drei Vorlagen haben diese Qualitäten auch in der abgelaufenen Saison gezeigt. Er ist sich aber auch nicht zu schade für die Defensivarbeit. Und deswegen sage ich, hat man hier die Chance, den slowakischen Nationalspieler an Bord zu holen, dann sollte Hecking das auch auf jeden Fall machen. Schauen wir in die Offensive, die auf jeden Fall auf den Flügeln Verstärkung braucht. Xander Severina kann genau das sein. Setz mal beispielsweise auf eine Viererkette mit typischen Flügelspielern. Da muss sicherlich dafür neben Daichi Hayashi noch ein weiterer Topmann kommen. Da aber auch der Japaner selber gar nicht mal so dieser typische Flügelspieler ist, kann ich mir auch schon eher ein 3-4-3 mit zwei Halbstürmern hinter den Spitzen besser vorstellen. Oder hinter der Einspitze besser gesagt. Und dann kann man hier vielleicht auch eher ein Flügel-Backup holen, der in beiden Systemen funktioniert. Und genau deswegen bin ich auf Xander Severina gestoßen. Auch hier müsste man nicht viel Geld in die Hand nehmen, denn auch sein Vertrag endet. In der abgelaufenen Saison hat Severina für Ado Den Haag in der zweiten holländischen Liga gespielt und dort in 35 Spielen sechs Tore erzielt und sieben vorbereitet. Klar, Severina ist vielleicht keiner, der dir direkt als Schlüsselspieler dient. Aber mit seinen 22 Jahren bringt er genau dafür das Potenzial mit und hat jetzt schon Fähigkeiten, die auf jeden Fall helfen. Vor allem seine Geschwindigkeit und 1 gegen 1 Fähigkeit sind nämlich Attribute, die Nürnbergs Offensive sehr gut tun würden. Und gut tun würde Nürnberg natürlich auch ein neuer Stürmer. Und nach längeren Überlegungen habe ich mich hier für Janni Serra entschieden. Ich habe über andere Kandidaten nachgedacht, dort vor allem auch über Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart. Aber irgendwie hat mich dann doch Serra noch am ehesten überzeugt. Aber erstmal grundsätzlich zur Stürmersituation. Es zeichnet sich ja durchaus ab, dass viel mit einer Sturmspitze plant. Quad Quodua könnte dort zu Geld gemacht werden. Christoph da Ferner zwar grundsätzlich auch vom neuen System profitieren, aber auch er soll wohl gehen können. Hayashi ist ja eher auf Außen eingeplant. Low Camper hätten wir jetzt erstmal hier als Alternative. Winzheimer könnte man endgültig wieder abgeben. Und junge Talente wie Nischalke, Usun oder Wonic hat man ja auch noch. Und deswegen habe ich mich dann im Gesamtpaket auch für die günstige Lösung mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Potenzial entschieden. Janni Serra. Durch den Bielefelder Abstieg ist der 25-Jährige ablösefrei zu haben. Mit seinen 1,93 Meter Körpergröße ist er ein typischer Neuner, der vorm Tor wirklich eiskalt ist und einen richtig guten Abschluss mitbringt. Seine Karriere ist durch die Zeit bei Arminia Bielefeld schon in Stocken geraten. Kritik gibt es bei ihm auch immer wieder an seiner Körpersprache. Aber, und das spricht eben dann für mich ganz klar für einen Transfer, In einem funktionierenden System mit dem klaren Ziel eben auch die Sturmspitze einzusetzen, wird Serra für Nürnberg auch mehr als seine 7 Tore machen, den er in der abgelaufenen Saison erzielt hat. Und selbst das war nichtmals eine schlechte Quote bei Bielefeld, wo er auch kein endgültiger Stammspieler war. Und weil man ihn eben ablösefrei verpflichten kann, dadurch kein großes finanzielles Risiko eingeht, aber auch die jungen Talente weiterhin Chancen bekommen sollen, wäre das auf jeden Fall eine Lösung, die ich durchaus präferieren würde. Und wie diese ganzen Lösungen dann auch in eine mögliche Startelf packen, das sehen wir dann mal hier. Und ich habe, wie gesagt, jetzt mal in einem System mit Dreierkette geplant, im 3-4-3. Es könnte aber auch sein, dass viel aufs 4-3-3 setzt, denn das war eigentlich das System, was er nahezu immer bei Nürnbergs Zweitvertretung hat spielen lassen. Trotzdem macht es so ein bisschen den Anschein, dass das System Dreierkette schon gut passen könnte. Meiner Meinung nach wäre es für den Kader auch gar nicht mal so verkehrt. Klar, im Tor kann man sicherlich darüber diskutieren, ob ein Christian Martenia zum Saisonstart topfit sein wird oder nicht. Einer wie Windal hat dort einen guten Job gemacht, aber wir planen ihn mit Martenia, Klaus als Nummer 2. Dahinter, wie gesagt, Reichert und Ortegel. Dann haben wir eine Dreierkette. Und auch wenn einige Nürnberger Fans das durchaus kritisch sind und sagen, das hat bei uns irgendwie noch nie so richtig funktioniert, hat man schon ein paar Spieler, die durchaus dafür prädestiniert sind. Denn meiner Meinung nach macht eine Dreierkette vor allem dann Sinn, wenn du halt nicht diese typischen richtig starken Flügelspieler hast und wenn du offensiv ausgerichtete Außenverteidiger hast. Und genau die hat Nürnberg. Wir hätten nämlich hier auf der linken Seite Brown, der dann meiner Meinung nach noch mal besser funktionieren kann. Junges Eigengewächs, den ich schon auf der Position sehe. Und auch ein Erik Weckesser, im letzten Sommerjahr gekommen, von dem ich immer noch viel halte, der verletzt war, könnte auch durch das System profitieren. Auch ein Team Handwerker wäre logischerweise hierfür eine weitere Option. Und auf der rechten Seite hätten wir eben dann eine Position für Jens Kastrop, die sehr, sehr gut passt. Der SFC Köln holt ihn ja erstmal nicht zurück. Und dahinter hätten wir mit Hofmann ein junges Talent und Duman, der dann natürlich in dem System flexibel einsetzbar wäre. Klar, du bräuchtest dann auch drei Innenverteidiger, wobei die rechte Position auch durchaus an Jamra oder Valentini gehen kann, die nominell rechte Verteidiger sind, aber das sicherlich auch ganz gut spielen können. Man hätte Marquez als hier zentralen Mann, der sicherlich eigentlich an Schindler ginge, aber der ja erstmal ausfällt. Fofana kann jede Position übernehmen, Bräunig hätte man auch noch. Und dann eben die linke Seite geht an Gürligen und dahinter hätte man Lowens. Und somit schon, wie ich finde, auch ein ganz gutes Gesamtpaket. Dann hätte man natürlich eine Doppel 6. Sollte man im 4-3 spielen, müsste man überlegen, ob man Möller-Dehli mit in die Zentrale zieht oder dann sogar noch einen weiteren Neuzugang hierfür benötigt. Bei der Doppel 6 Flick und Herk könnten sich sehr, sehr gut ergänzen. Und dahinter habe ich jetzt halt mal Geiss logischerweise und Handwerker hingeschrieben. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Handwerker weitergeht, der schon, wie ich finde, eine gute Qualität mitbringt. Auch seine Vertragsverlängerung damals war ein gutes Zeichen. Aber natürlich auch bei vielen durchaus kritisch gesehen wird. Muss man mal gucken, wie er sich jetzt entwickelt. Nominell linker Verteidiger. Offensiv hätten wir eben dann drei Mann, die in dem System auch durchaus flexibel agieren können. Und das wäre, glaube ich, auch der große Vorteil. Ein Dehli könnte dann auch häufiger mal ins Zentrum ziehen, wodurch ein Braun oder eben auch ein Weggesser sehr viel Alarm machen können. Auch ein Hayashi könnte zwar eher über rechts kommen, aber auch flexibel agieren, wenn auch ein Kastrop von hinten Druck macht. Und dahinter hätten wir noch mit Severina einen typischen Flügelspieler, um das Element zu haben. Goller und Schleimer, die du auch reinschmeißen kannst. Und eben als klare Kante, als klarer Zielspieler vorne drin, Janni Serra. Dahinter habe ich jetzt mal Lou Kemper als Backup hingeschrieben, weil ich jetzt mal davon ausgegangen bin, dass da Ferner und Dua gehen. Ob das dann tatsächlich so ist, ist nochmal eine andere Frage. Wie angerissen, wie Schalke, Usu und Wonic haben wir natürlich auch noch als junge Talente. Und so sehe dann mal nach meiner Wahrnehmung Nürnbergs mögliche Aufstellung der kommenden Saison aus. Kommen wir zum Fazit von 5 Transfers für Nürnberg. Die kommende Spielzeit wird beim 1. FC Nürnberg spannend. Man hat einen neuen Trainer, wohlmöglich auch eine komplett neue Spielidee und der Kader muss grundsätzlich verändert werden. All das bietet logischerweise Chancen, aber auch Risiken. Erstmal geht es sicherlich auch darum, eine solide Saison zu spielen, was für mich auf jeden Fall mit dem Kader dann möglich ist, um natürlich aber auch mittelfristig wieder oben angreifen zu können. Und jetzt seid ihr gefragt, welchen meiner 5 Vorschläge findet ihr am besten für Nürnberg? Welcher Transfer würde noch Sinn ergeben? Und welchen Verein gibt es noch, wo ich mal nach 5 Transfers suchen soll? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal.